Ich glaube, die Wahlordnung sagt nichts anderes. Liebe Freundinnen und Freunde, ich probiere mal heute was aus, Innovation. Es wird vielleicht ein bisschen anstrengend für den Livestream, aber das kann ja nicht schaden, wenn wir ein bisschen Innovation bekommen, zum Beispiel in die sächsische Verkehrspolitik. Dafür stehe ich hier und ihr wollt aber trotzdem zuerst wissen, wer bin ich überhaupt? Ich bin der Volker Holzendorf, 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Außerdem habe ich mal irgendwann Politikwissenschaften studiert mit mathematisch-theologischem Profil und bin schon über ein halbes Leben bei Bündnis 90 Die Grünen aktiv. Was ich da alles schon gemacht habe, könnt ihr in der schriftlichen Bewerbung da drüben ablesen. Heute stehe ich hier für die LAG Verkehr, weil wir mit dem einstimmigen Votum von der LAG Verkehr bin ich ausgestattet und deswegen kandidiere ich jetzt hier für diesen Listenplatz. Was wollen wir da erreichen als LAG Verkehr? Wir wollen, dass die Verkehrswende in Sachsen endlich Fahrt aufnimmt. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je oder für dieses Bundesland wichtiger als für alle anderen Bundesländer, weil wir als Braunkohleland einen größeren CO2-Rucksack haben, den wir abbauen müssen. Und da kann der Verkehrsbereich einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Das gelingt aber nur, wenn wir die Verkehrsplanung in unseren Städten, Dörfern und Gemeinden vom Reifen auf die Füße stellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zuerst an die Fußgängerinnen denken bei der Verkehrsplanung und die Fußgänger natürlich auch. Dann an die Radfahrerinnen und Radfahrer. Schließlich an die ÖPNV-Nutzer. Da gehört auch Teilauto dazu, Bus und Bahn, Taxi-Gewerbe, Clevershuttle und wie sie alle heißen. Und dann den verbleibenden Raum, und das wird noch genug sein, für den Autoverkehr, für den motorisierten Autoverkehr zur Verfügung stellen. Der Wirtschaftsverkehr wird sich dann übrigens seine Wege suchen. Und die gehen beim Fußverkehr los, gehen übers Rad, ÖPNV, die Güterstraßenbahn in Dresden kennt jeder, der sich mit Verkehrsthemen ein bisschen beschäftigt. Und dann machen wir unsere Städte lebenswert. Und unsere Dörfer natürlich auch gleich mit. Und damit sind wir in Sachsen mehrheitsfähig. Wozu stehe ich jetzt hier? Oder wofür stehe ich dabei? Wir alle kennen den schönen Satz, wer Straßen sät, wird Autoverkehr ernten. Was hindert uns eigentlich daran, mehr Radwege in ganz Sachsen zu sehen? Und Radfahrerinnen und Radfahrer zu ernten? Was hindert uns daran, unsere sächsischen Dörfer oder in unseren sächsischen Dörfern, Städten, Stadtteilen, Ortsteilen, exklusive Bereiche zu haben für Fußgängerinnen und Fußgänger, um Fußgängerinnen und Fußgänger zu ernten? Warum kommt eigentlich der Zug nicht dann, wenn wir zum Bahnhof gehen? Und fährt der Anschlussbus nicht kurz danach, nachdem wir am Bahnsteig angekommen sind? Mit dem Zug. Sachsenweit, von 5 bis 23 Uhr. Das ist die Idee des Sachsentaktes. Eva Jenichen aus Dresden hat es erfunden. Katja Mayer hat es weiterentwickelt. Und ich will dabei sein, wenn wir es umsetzen. So, jetzt will ich dabei sein, wenn wir es umsetzen, weil, das sagen auch, und diese Art der Verkehrsorganisation, die wir da haben, das will die Mehrheit der Bevölkerung, deutschlandweit, sachsenweit, wahrscheinlich genauso. Je nach Umfrage ist es mal zwei Drittel, mal drei Viertel, mal sind es sogar 90%. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir nicht Volkspartei, damit sind wir Bevölkerungspartei. Was kann ich dafür also, oder was bringe ich dafür mit? Erfahrung ist das eine, und das beruht auf drei Säulen, würde ich mal sagen. Das erste ist Kampagnenfähigkeit. Ich habe in Leipzig eine Petition gestartet für sicheren Radweg in der Inneren Jana-Lehne. Typische Stadtverkehrsstraße. Innerhalb von kürzester Zeit waren 5700 Unterschriften drauf. Der Stadtrat von Leipzig hat sich der Petition angeschlossen, will also jetzt Radverkehrsanlagen in diese Geschäftsstraße in Leipzig reinkriegen. Und die Stadtverwaltung rödelt und versucht da jetzt Sicherheit für den Fahrtverkehr hinzukriegen. Der jetzige Zustand ist suboptimal, aber es kommt noch was, 2019, 2020 ist ein Verkehrsplan da, der dann umgesetzt werden kann und wieder in den Stadtrat geht. Das hat aber nur funktioniert, weil ich gut vernetzt bin. Die zweite Säule. Da hat eben Ökolöwe mitgemacht, da hat der ADFC mitgemacht, VCD, BUND, wie sie alle heißen. Und diese Vernetzung, das ist die dritte Säule, ermöglicht mir zu vermitteln zwischen Umweltverbänden und der Politik, der Partei, da gibt es öfters, als es uns lieb ist, manchmal Irritationen, und das kann man dann abmoderieren. Sehr gut. Also, was bringe ich mit? Erfahrung fußend auf Kampagnenfähigkeit, Vernetzung und Vermittlung. Wieso stehe ich jetzt also hier? Wir haben es heute ein bisschen gehört, nicht ganz so oft, wie ich vermutet habe. Wir Grüne wollen in Sachsen regieren. Aber dann stellen wir Ministerinnen und dann brauchen wir in der Fraktion jemanden, der von Anfang an das Thema Verkehr, Mobilität kompetent bearbeiten kann. Dafür stehe ich zur Verfügung und dafür bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine Frage. Die Frage ist von Sandro Zimmermann, KV Dresden und lautet, du hast dank der vielen guten BewerberInnen keinen Wahlkreis als Direktkandidat. Wie wirst du dich im Wahlkampf einbringen? Du hast noch mal drei Minuten. Genau, also die Frage, ich danke dafür für die Frage, weil das tatsächlich so eine kleine Achillesferse. Ich habe keinen Wahlkreis in Sachsen. Das liegt aber nicht an mir, glaube ich, sondern das liegt am sächsischen Wahlgesetz, das nicht geändert wurde zwischen 2014 und 2019 und die städtischen Wahlkreise oder die städtische Bevölkerung benachteiligt, weil dort mehr Menschen wohnen als in den ländlichen Wahlkreisen. Und ich hatte gehofft, dass wir eben größere, mehr Wahlkreise in den Städten bekommen als städtischer Vertreter. Das hat deswegen nicht geklappt. Das ist ein bisschen problematisch, aber deswegen bin ich jetzt frei, habe keinen Wahlkreis. Das Verkehrsthema ist aber durchaus ein prominentes Thema im Verkehrs- oder im Wahlkampf. Wir haben das sicherlich mit Katja in der Spitzenposition ziemlich gut besetzt. Oder nicht ziemlich gut, absolut gut, perfekt, hervorragend. Wie kann man nur so blöd sein? Aber wir brauchen das Thema, wird wahrscheinlich mehr Anforderungen an Katja stellen, als sie erfüllen kann. Und dafür einen Zweitkandidaten zu haben, der dann eben das machen kann, das kann was Positives bewirken. Und dafür ist es gar nicht so schlecht, wenn man auf der Liste ist, Verkehr betrifft und vielleicht keinen eigenen Wahlkreis bearbeiten muss. Vielen Dank. So, es konnten sich jetzt alle Kandidaten vorstellen und wir gehen in den...